Liebe Zuschauer, wir möchten Ihnen jetzt nochmal die Möglichkeit geben, unseren beliebtesten Vibrationstrainer zu bestellen, beziehungsweise vorzubestellen. In wenigen Wochen kommt die nächste Lieferung, deshalb gleich auf die Vorbestellliste setzen lassen. Dieser Vibrationstrainer hat einen knaller Preis, ja, 123,41 Euro und das ist ein Modell mit 99 Vibrationsstufen. Hier ist das gute Stück für Sie und Sie werden staunen, wie effektiv Sie damit trainieren können. Vibrationstraining momentan ja in aller Munde, weil es einfach ein Training ist, was sehr, sehr leicht ist, sehr, sehr effektiv. Und wenn Sie vielleicht auch da eine Sportmuffel sind, wenn Sie sagen, oh, Training, nee, das ist nicht so richtig was für mich. Doch Vibrationstraining ist genau das, was Sie schon immer gesucht haben. Schauen Sie, diese Geräte sind sehr, sehr klein und kompakt. Die passen perfekt zu jedem nach Hause, auch wenn Sie eine kleine Wohnung haben, eigentlich nicht viel Platz. Dann ist so ein Vibrationstrainer genau das Richtige, weil der passt in jede Wohnung. Dadurch, dass der so schmal ist, so flach gebaut, den kann man sehr, sehr gut verstauen. Das ist überhaupt kein Problem. Und den kann man dann einfach anschalten. Dann wird diese Platte in eine Vibration versetzt. Und dann einfach nur draufstellen auf das Gerät. Und schon geht es los mit dem Training. Sie haben im Lieferumfang jetzt hier die Expander mit dabei. Die Expander sind einmal dafür da, um die Arme zu trainieren. Und dann aber auch im Verlauf natürlich für Sie, beziehungsweise am Anfang, um das Gleichgewicht zu halten. Sie können mit den Expandern trainieren, müssen Sie aber nicht. Das können Sie selber entscheiden. Sie sind aber für Sie direkt im Lieferumfang mit dabei. Und Sie haben auch die Fernbedienung im Lieferumfang mit dabei, um dann das Gerät von oben aus zu steuern. Einfach draufstellen und schon geht es los. Das Tolle am Vibrationstraining, es ist für jeden bestens geeignet. Das heißt, jeder kann trainieren, egal in welchem Alter. Vibrationstrainer stehen mittlerweile auch in vielen Fitnessstudios und werden auch von Physiotherapeuten verstärkt eingesetzt, um hier zu trainieren. Wenn Sie jetzt vielleicht gerade eine OP hatten oder da etwas körperlich eingeschränkt sind, bitte sprechen Sie vorher mit dem Arzt. Und Schwangere sollten vielleicht nicht auf den Vibrationstrainer, das ist klar. Aber ansonsten kann wirklich jeder auf den Vibrationstrainer. Und dann geht es los. Sie sehen hier einmal die Grundposition. Einfach auf den Vibrationstrainer stellen. Die Knie leicht gebeugt. Das ist immer ganz wichtig. Also die Knie leicht gebeugt und dann die Füße schulterbreit aufgestellt. Den Bauch leicht reingezogen. Leicht auf Spannung bringen und den Popo leicht fest. Und das war es schon. Das ist das Tolle. Mehr müssen Sie gar nicht machen. Das ist schon die Grundposition beim Vibrationstraining. Und schon geht es los. Ihr Körper wird perfekt trainiert. Also einfach dann draufstellen. Sie sehen es. Schulterbreit aufstellen. Knie leicht gebeugt, Bauch leicht reinziehen, Popo leicht fest. Das ist schon die Grundposition beim Vibrationstraining. Und schon wird der gesamte Körper trainiert. Das Geheimnis von Vibrationstrainer ist halt diese Vibration der Platte, die hier dann an den Körper weitergeleitet wird, an die Muskulatur im Körper weitergeleitet wird. Das heißt, hier hat man dann eine Anspannung, eine Kontraktion der Muskulatur. Und zwar verstärkt durch diese Vibration der Platte. Und das ganz, ganz oft hintereinander. Mit einem Vibrationstrainer erreichen Sie über 90 Prozent oder können über 90 Prozent der Muskeln im Körper erreicht werden. Das schaffen Sie bei einem herkömmlichen Training normalerweise gar nicht. Und da der so effektiv ist, brauchen Sie auch nur 10 Minuten Training pro Tag. Sie werden wahrscheinlich sagen, warum habe ich so ein Gerät nicht schon viel, viel früher entdeckt. Wenn Sie die ersten Male draufgestanden haben, werden Sie Ihren Körper neu spüren. Und so ein Vibrationstrainer jetzt hier bei uns für 123,41 Euro. Das Gerät ist unglaublich stark nachgefragt. Es ist unglaublich beliebt. Falls Sie es bei uns im Programm schon verfolgt haben, alle Lieferungen sofort vergriffen, sofort ausverkauft. Das liegt am Sensationspreis, den wir hier gemacht haben. Vibrationstrainer kosten normalerweise ab 500, 600 Euro aufwärts. Dieses Gerät haben wir jetzt hier für Sie für 123,41 Euro, liebe Zuschauer. Deshalb bitte schnell in die Leitung gehen. Wenn Sie das Gerät für 123,41 Euro vorbestellen möchten, jetzt gleich bestellen. Dann haben Sie den Preis gesichert von 123,41 Euro. Die nächste Lieferung kommt am 20.07. Das sehen Sie jetzt unten eingeblendet. 20.07. die nächste Lieferung. Das heißt direkt vorbestellen. Dann sichern Sie sich den TV-Sonderpreis von 123,41 Euro. Der gesamte Körper wird angesprochen. Alles wird perfekt trainiert. Die Grundposition ist das einfache Stehen auf den Geräten. Sie haben dann aber natürlich die Möglichkeit, auch vielfältig zu trainieren. Sie sehen hier nochmal, ganz einfach zu verstauen das Gerät durch diese platzsparende, durch diese flache Bauweise. Und schon geht es los zu Hause mit dem Vibrationstraining. Die Bestellnummer für Sie, die NX 72656569. Die Kollegen im Callcenter sind jetzt für Ihre Vorbestellungen da. Sie haben jetzt die Möglichkeit, in die Leitung zu gehen und sich dieses Gerät für 123,41 Euro zu sichern. Bitte tun Sie das. Die Bestellungen werden nach Eingang der Vorbestellung dann auch direkt rausgeschickt. Also ab dem 20.07. kommt die nächste Lieferung. Wenn Sie jetzt vorbestellen, wird dann auch nach Bestelleingang quasi die Bestellung rausgeschickt. Deshalb gleiche sichern, damit Sie sich auf jeden Fall auch den TV-Sonderpreis an der Stelle sichern. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie da dementsprechend jetzt vorbestellen. So ein tolles Gerät, 99 Vibrationsstufen. Das Gerät hat selbstverständlich einen Timer verbaut. Es reichen 10 Minuten Training pro Tag. Und das Gerät schaltet sich dann auch dementsprechend automatisch ab, nachdem Sie fertig trainiert haben. Sie sehen es hier nochmal. Eine ganz tolle Möglichkeit, hier den Körper anzusprechen und zu trainieren. Oder dann auch mal zu entspannen. Auch das ist auf Vibrationstrainern möglich. Man hat auch immer diese Möglichkeit, sich einfach mal draufzusetzen, sich massieren, sich so ein bisschen entspannen zu lassen durch diese Vibration, durch diese Massagefunktion von einem Vibrationstrainer. Und wenn Sie ein bisschen mutiger werden, wenn Sie jetzt sagen im Verlauf, oh, die Grundposition beherrsche ich schon sehr gut, haben Sie die Möglichkeit zum Beispiel auch mal Kniebeugen auf den Vibrationstrainer zu machen. Ein bisschen mutigere Übungen zu machen. Es gibt vielfältige Übungen auf Vibrationstrainern, um sämtliche Muskelgruppen im Körper anzusprechen. Gerade dann auch, wenn Sie sagen, jetzt als Dame, ich möchte die Problemzonen wie zum Beispiel Popo, Oberschenkel, Bauch trainieren. Dann können Sie auch mal halten ein bisschen, versuchen da in der Hocke zu bleiben, um den Bauch noch stärker anzusprechen. Immer schön reinziehen den Bauch, dann natürlich Popo fest, damit Sie hier die Problemzonen dementsprechend ansprechen. Das sieht man jetzt auch sehr schön bei Diana. Da wird hier natürlich die Problemzonen dann sehr schön angesprochen. Die Muskeln reagieren hier sehr schön. Der Bauch, das ist alles schön fest. Das wird gestrafft alles durch die durchblutungsfördernde Wirkung eines Vibrationstrainers. Es wird alles schön durchblutet, die Muskulatur wird angespannt und man hat dann hier ein schönes Ergebnis. Diesen Body Shaping Effekt, den man hier sehr schön hat. Da kommen ganz tolle Konturen, gerade für die Damen ideal, die Herren zum Beispiel jetzt unter Ihnen. Sie können auf so einem Vibrationstrainer dann auch sehr schön Liegestütz zum Beispiel machen. Auch da verstärkt der Vibrationstrainer die Wirkung. Also auch da haben Sie vielfältige Einsatzmöglichkeiten, können mit den Übungen wirklich toll variieren. Also auch für Profisportler, viele Profisportler trainieren auf Vibrationstrainern, weil man hier dann mit den Übungen, durch die Übungsvielfalt, die man hier bei einem Vibrationstrainer hat, wirklich sehr schön variieren kann. Die Übungen an sich werden durch den Vibrationstrainer nochmal intensiviert. Das Wichtige ist, dass man einen Vibrationstrainer hat, um hier intensiv und effektiv trainieren zu können. Und Sie bekommen den Vibrationstrainer zum Spitzenpreis, wenn Sie jetzt vorbestellen, 123,41 Euro. Hier sehen wir auch nochmal die Liegestütz. Das ist richtig effektiv dann mit einem Vibrationstrainer. Testen Sie es. Am 20.07. kommt die Lieferung und Sie sind mit dabei. Wenn Sie jetzt noch vorbestellen mit der NX 7256 569, jetzt haben Sie nochmal die Möglichkeit, in die Leitungen zu gehen. Die Kollegen im Callcenter sind da für Ihre Bestellung jetzt nochmal da, liebe Zuschauer. Und dann ist das Gerät bald zu Ihnen, kommt das Gerät bald zu Ihnen nach Hause und Sie können direkt loslegen, inklusive der Trainingsexpander, inklusive der Fernbedienung selbstverständlich. Das Komplettpaket. Und dann geht es los mit dem Vibrationstraining. Und wenn Sie dann die ersten Komplimente bekommen, ja, wie siehst du denn aus? Oh, hast du abgenommen? Du strahlst ja so, ja, da werden Sie sich richtig freuen und dann können Sie richtig, richtig stolz auf sich sein. Legen Sie los!